Willkommen auf dem Video. Dies ist eine Präsentation des Produktes Teleskoper T-SOPT-ICS Neptune Spiegel Teleskop. Kompaktes leichtgewichtiges Dachkant Prismendesigen mit geriebter Vollgummiarmierung. Stickstoff gefüllt und wasserdicht bis 5 m. Oasis. Prismenbeschichtung Phasenkorrektur. Optikron S-Type Mehrschichtvergütung des optischen Systems. Dieses Video ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, durch Werbung und Links zu Amazon Amazon Deutschland. Für weitere Details und eine sehr viel auf Amazon Deutschland klicken Sie bitte auf den Link in der Beschreibung unten. Danke fürs Zuschauen.